Hallo Leute, liebe Zuschauer, wie ihr ja wisst, säge ich ja selten exotische Hölzer. Selber nutze ich ja die heimischen Hölzer, um denen eine Form zu geben. Aber das passiert dann auch mal, da sie einen Auftrag kriege, in dem dann ein exotisches Holz gewünscht wird. Und so wie in diesem Fall, ein südwestlich in Australien wachsender Eukalyptusbaum. Und das Holz wurde mir zugesandt von der Auftraggeberin, so dass ich dann hier eine Kontur von Australien raussäge, aus diesem Bereich. Die Problematik dabei wird aber sein, dass diese Seite Hirnholz ist. Die Maserung, so wie ich es erkennen kann, geht in die Richtung. In wie weit ich nun das Ganze auch ausschleifen und polieren kann, da lasse ich mich selber überraschen. Soweit seid schlau und bleibt neugierig. Danke fürs Zuschauen. Als erstes möchte ich feststellen, ob ich diese Oberfläche einmal relativ glatt schleifen kann. Und dafür markiere ich einmal die Fläche, die ich nachher haben möchte. Also das Holz, in etwa 6 mm soll es sein. Aus dem Bereich werde ich dann anschließend den Anhänger sägen, so in etwa. Jetzt hier genauso wieder anzeichnen, weil ich möchte erstmal, wie schon erwähnt, diese eine Fläche fein kriegen. Also man kann es recht gut fein schleifen. Ich müsste noch ein bisschen weiter schleifen. Und das Licht reflektiert sich schon auf der Oberfläche. Das ist schon ein gutes Zeichen. Ich fühle es auch recht glatt. Und man erkennt somit auch die Holzstruktur. Also 30 mm sollte es ja stark sein. Ich habe jetzt 2 1 Zehntel abgeschliffen. In etwa, hier sind wir noch ein bisschen mehr. Aber das ist jetzt auch, ja, kein, soll kein perfekter Anschluss werden. Dann werde ich auch diese Seite noch schleifen. Dafür markiere ich nochmal. So sieht es aus. Jetzt kann ich die Seite schleifen. Während ich hier schleife, übe ich den Druck nur auf diese Hälfte aus. Das heißt, ich wechsle dann den Druck, dass diese Seite nicht so belastet ist, dass dementsprechend auch die ganze Abzauberung gut funktioniert. Das ist jetzt die markierte Fläche. So sieht es aus. Die Holzstruktur kann ich jetzt mal kurz quasi unter das Mikroskop nehmen. Und jetzt die Seitenfläche. Das Holz ist nun leicht angeschliffen. Und zu allen Seiten. So kann man ein bisschen die Struktur erkennen. Das Ganze wiegt 103 Gramm. Und bei einer Länge von 120 mal 30 mal 40. Das als PDF ausgedruckte Motiv von Australien. Die Konturen von Australien werden jetzt mal grob ausgeschnitten und danach appliziert in diesem Bereich hier. Das mache ich jetzt mal kurz. Das wird sowieso nachher noch konvex ausgeschliffen. Ausgeschliffen das Ganze. Soweit ist es okay, wenn ich dann dementsprechend mit Leim die Vorlage aufbringe. Ich markiere jetzt ein bisschen großzügiger von der Breite her, sodass ich da nicht zu wenig ansäge. Und das Ganze soll dann in etwa 6 Millimeter sein. Staubsauger ist an. Und jetzt kommt das Ganze. also maximal sechs millimeter soll es werden und jetzt habe ich genügend material da um nachzuschleifen und die ringschraube einfügen zu können noch mal kurzer hinweis zum säge schnitt da erkenne ich so keine riefen also gibt es hier auch ein sauberer schnitt und hier dann dementsprechend auch und da sich das licht so hier spiegelt kann man erkennen dass es recht glatt geworden ist der sägeschnitt bei solch dünnen hölzern macht es keinen sinn laubsägeblätter mit gegenzähne zu verwenden und die jenen die meine videos schon gesehen haben öfters meine videos gesehen haben da habe ich es auch erläutert warum es ist nämlich so dass die gegenzähne aus der platte hier von der oberfläche rausschießen egal an welcher dekupiersäge gesägt wird und dann mag wohl die unterseite heil sein aber wenn die gegenzähne noch rausschießen da dann kann es genauso auch oben aufreißen quasi die oberfläche die holzoberfläche also benutze ich jetzt mal ein feines nummer 2 schrägstrich 0 der größe sägeblatt mit weitzahn muss ich jetzt einmal hier durch hier so ist jetzt ein recht feines sägeblatt laubsägeblatt aber das wird sich zeigen inwieweit das auch gut nutzbar ist so damit ihr ein bisschen besser nachvollziehen könnt wie ich das hinkriege hier versuche ich da noch näher dran zu kommen eukalyptus holz ist ein recht hartes holz und auf geht's staubzauger an dann habe ich ja hier den staubzauger und der wird da eingesteckt bei meinem hier habe ich auch die aufzaugung so Untertitelung des ZDF, 2020 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 quasi von abralon ist das ganze hier das setze ich auch hier drauf dann habe ich eine weichere unterlage und dann kann ich dementsprechend auch die die konturen ein bisschen rein drücken also man merkt ein abrieb ist immer noch dabei bei dem 400er und das werde ich jetzt so langsam schleifen am hand schleifen so dass es dann auch dementsprechend ein sehr gutes ergebnis darstelle kann das war jetzt mal die rückseite jetzt die vorderseite das dauert aber im weichen daher fällt die klappe nun der 2000er ist jetzt dran gefühlte eine stunde später diese sind wir noch nicht perfekt ich habe da in der mitte noch so was wir reden seitlich konnte ich besser hinkriegen den anschliff weil ich ebenso so einen seitlichen druck aufgebaut habe und dann dementsprechend die die kanten da größere reibungen erfahren als flache grund so schwierig wird es jetzt aber hier je mehr ich da schleife die kannte quasi die außenkante die schnittfläche desto eher werden die kleinen feinen konturen darunter leiden also werde ich das nur sporadisch machen müssen und dann gibt es vielleicht einen schöneren kontrast zu dieser anderen glänzenden fläche so es dauert wieder eine weiche bis ich hier das gewünschte ergebnis erziele insoweit bis nachher nun habe ich doch noch die oberfläche die beiden oberflächen mit 400er körnung angeschliffen in der hoffnung dass die kleine feine riefen dann auch nicht mehr zu sehen sind das heißt gleich nochmal mit 2000er polyieren bzw fein schleifen so 2000er wieder da glänzen meine finger auch bald das dauert wieder also nochmal bis bald ich habe den eindruck ich kann hier die riefen nicht ganz raus schleifen jetzt nehme ich mal das 4000er mal schauen was danach für ein bild sich ergibt dauert noch so weit habe ich den jetzt geschliffen und feinschliff hat er auch gekriegt dieser anhänger jetzt bin ja am überlegen welchen bohrer ich benutzen kann beide habe ich hier jetzt größe 1 und ich habe so ein kleines winziges anhängerchen da 1 und hier noch ein kleineres das kaum zu packen ist kaum zu packen ist und 1,35 dürfte es okay sein wenn ich dann mit einem 1er aufbohre aber ich gucke jetzt mal hier habe ich auch noch ein paar kleinere und das dürfte auch passender sein mal schauen ok ich habe da schon kurz an anmarkiert mit dem da und jetzt brauche ich eine ruhige Hand ansonsten schauen wir mal gleich wie das funktioniert ja so raus nehmen bevor er abbricht und nun kann ich eigentlich das ganze einölen das schiebe ich mal beiseite das auch zum einölen nehme ich einen kleinen alten Lappen dann sieht das gut aus das schiebe ich das schiebe ich das meine so seitdem aus die so die 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 das öl ist jetzt eingezogen hier und auf diesem weichen vlies quasi kann ich jetzt auch ein bisschen noch mal polieren also quasi mit der rückseite von diesem 2000er so das ganze kann jetzt auch die öse abkriegen ich habe schon vorgebohrt so sieht es dann aus danke fürs zuschauen und ist dann sehr schön bleibt neugierig ciao ciao